Ich habe keinen Bock, um 10.000 Dollar aufzunehmen, da werden wir uns jetzt die Dinger mal stehen. So, ich nehme mal einen Rechner. Halt euch. Da schießt jetzt mal die Fahrer ab. Guck, rück den. Papier, hab ich. Ey, was war denn jetzt los? Was ist los? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA Online mit den Illyrian Brothers. Wie ihr seht, Machete ist am Start, der Albaner auch natürlich. Hi Leute, um was geht? Heute mal wieder vor euch. Euer Faslani, beziehungsweise euer Machete mit dem Albaner zusammen. Heute gibt es eine neue Folge GTA Online. Ja, Bruder, wir brauchen, glaube ich, Vorräte für unsere Waffenproduktion hier. Und ich habe keinen Bock, 15.000 Dollar auszugeben. Da werden wir uns jetzt die Dinger mal stehlen hier, wa? Dann müssen wir mal die Ware clonen, wa? Auf jeden Fall, lass uns kurz an den Rechner. Und dann holen wir uns die Ware. So, ich guck die ganze Zeit rüber zu dir, Bruder. Ja, das ist immer so. Ich bin aufmerksam. So, einmal an den Rechner. So, dann klauen wir uns hier auf jeden Fall mal die Vorräte. So, Vorräte stehlen, bitte sehr. So, los geht's. Auto haben wir geparkt draußen, ne, Bruder? Bestimmt. Ja, nee. Bist du draußen? Das ist ein Witz, Bruder. Ja, ich bin draußen. Super. Ja, Leute, leider haben wir die Bikes nicht dabei. Ich schnapp dir mal eine Karre. Warte, da kommt einer. Da kommt jemand, den Hohenwurz. Knall den ab, Bruder. Nee, nee, zügt noch keine Knarre, oder? Ach komm. Mach ich nicht, mach ich nicht. Warte, jetzt. Oh, das ging ja komplett schief. Jo, der ist weg. Egal, holen wir uns den nächsten. Der nächste, der nächste. Warte, soll ich den wegsnipern mal? Sniper den mal weg. Hast du schon, glaub ich, ne? Na, ich glaube nicht. Er ist doch stehen geblieben. Hinter uns, hinter uns. Hab ich. Sauber. Komm, fahr. Hey, fahr ruhig. Wenn du willst, fahr. Ja, komm. Raus hier mit dir. Oh, wieder diese Karre. Alles klar, egal, fahr. Wieder diese Karre. Ey, ey. Tür soll noch dranbleiben, ja. So, ab geht's, Bruder. Wieder. Bruder, das ist unsere Karre, Mann. Manchmal in schwarz, manchmal in rot. Auf jeden Fall. So, begib dich nach Elysian Island. Wo soll das sein? Elysian Island, okay. Oh, das ist ja... Das ist ja... Wo ist das? Elf Kilometer. Elf Kilometer, Mann. Vielleicht treffen wir irgendwelche Bikes unterwegs. Alles klar, dann schnappen wir uns die, wa? Auf jeden Fall. Ja, Leute, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine weiteren Folgen. Ja, das würde ich auch mal sagen. Immer schön abonnieren, liken und immer die Glocke aktivieren. Bruder, hier. Na komm, dann lass mich mal jetzt fahren. Hier, fahr mal. Mach mal Verdeck auf. Wie mach ich das Verdeck auf, Bruder? Welche Taste ist das? Steck ein, Bruder. Steck ein. Ja, bitte doch, Bruder. Hey, bleib gestehen mal. Komm. Komm. Einmal die Machete benutzen. Äh, G, Bruder. G gedrückt halten. Bleib mal stehen, G gedrückt halten. G oder H. Mach mal H. Ja, H ist... Ja, Mann. Genau so. So, Verdeck aufmachen hier. Muss das sein, Mann. Und dann Jallah. Warte, warte, warte. Ja, warte. So. Harte, gib mal Vollgas, Bruder. Mach ich sehr gerne sogar. Die Karre ist doch viel besser, ne? Auf jeden Fall. Als dieses Drecksauto da von eben, ne? Ja. Auszeichnung. Hab ich gerade bekommen. Irgendeine Auszeichnung. Sauber. So, wir sind auf jeden Fall auf dem Weg. Auch geile Karre. Ja, die finde ich nicht verkehrt. Die andere da. Der weiße da, ne? Ja. Ja. Die wollte ich mir damals mal in RP kaufen. Ich weiß, ich weiß. Sieht so aus wie so ein SLS, ne? Ja. Fahren mit anderen Spielern. 200 RP. Hab ich bekommen. Ja, ist doch geil. Top. Ich hab auch ein bisschen was bekommen. So, wie viele Kilometer haben wir noch? Acht Kilometer. Ich hoffe, wir haben da eine gute Schlägerei oder eine gute Schießerei. Hoffe ich auch. Wenn wir die Ware klauen. Wenn wir eine Schlägerei haben, pack ich gleich die Machete raus. Oder? Alles gut? Ja, ja. Alles gut. Du bist eingeschlafen, oder? Ja, manchmal passiert das am Steuer, oder? So läuft das. Das ist ja nicht so tragisch. So, zum Wachwerden hier. Alles klar. Guck mal hier neben mir mal. Hey, was geht, Bruder? Ich hole mal mein Spielzeug an, Mann. Ich seh schon, ich seh schon. Ich fucht jetzt hier mit der Knacken. Mann, Mann. Ja, ich seh das Ding. Warte mal, mach noch nicht so viel Rad auf, weil wir wissen noch nicht, was auf uns wartet hier. Das hat doch schief gehen können. Oh nein. Hoppa, nochmal ein Unfall. Alles gut. Ist nicht schlimm, Bruder. Was hat der gemacht? War der wieder besoffen, DM-PCs? Wahrscheinlich. Da war ein Online-Spieler. Ah, Bruder, bitte. Mach keine Palavra mit dem, ey. Nein, nein, ich halte mich fern. Die Karre geht da mal übertrieben ab, ne? Die ist richtig gut. Gefällt mir. Auf jeden Fall. Was sind wir denn noch so weit entfernt von diesem Punkt hier? Sind wir denn mal da hier, Mann? Nee, nee, nee. Hört mal den Stinkefinger. Kennst du noch die Aktion, Bruder? Ja, ja, kenn ich. Oh, 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 oh. Das war knapp. Die Stinkefinger-Aktion. Vom PD, wa? Ja. So, Leute. Nee, ich meinte eine andere Aktion, Bruder. Eine andere? Da habe ich Wald gegriffen, weißt du? Das waren unsere Anfangszeiten. Ja, okay. Und GTA, weißt du nicht mehr? Doch, doch. Kann ich mich so ganz grob erinnern. Ja. So. Legende, Mann. Das Ding geht aber heftig ab, ne? Übertrieben. Hat auch einen schönen Klang, ne? Schönen Sound. Ja. Dicker V8 hier drin, aber. So, Malz, noch mal da. Komm, das ist knackig, Mann. Komm, hier. Ein schön Drift hier. Zack. Jawoll, weiter. Einmal über den Brotstein. Ja, scheißegal, Bruder. Einfach drauf. Ja, das war ein bisschen daneben gegriffen. Okay, ich habe eine Nachricht bekommen. Ich gucke mal bei meinem Handy hier. Alles klar. Mach das. Roberto. Alles klar, der sagt, wir treffen uns gleich mit Kaffee. Bansch, Kaffee, Trinken, den Chai. Ja. So. Oh, oh, oh. Hoppa. Weiter. Gib mal Gas hier, Bruder. Elf Kilometer, Mann. Mach aber die Karre hier nicht, Schrott. Wir brauchen die auf jeden Fall. Ja, ja, mach ich nicht. Kann sein aber, dass dort irgendein Fahrzeug ist. Du kannst zurückfahren, kein Problem. Lass mich mal zurückfahren. Gerne, gerne, Bruder. Ich lass mich komplett knacken. So. Oh, alles ab. Türen ab. Fast da, ne? Was müssen wir denn hier klauen machen? Das ist die Frage jetzt. Bruder, Bruder, Bruder. Noch schön verfahren hier, wa? Ist nicht schlimm. Alles gut. So. Was ist hier, Mann? Der LKW. Ja. Okay, they're almost on you. Fahr mal zum LKW. Ah, wir müssen den Konvoi abstoppen, Bruder. Guck mal, da ist ein LKW. Hol den LKW. Hol den LKW. Schnell. Nimm eine Knarre. Warum bist du nicht dahin gefahren, Bruder? Da ist doch der LKW. Hier, Bruder. Hier. Hier ist doch ein Konvoi, Bruder. Guck dir mal Konvoi an. Ja, komm. Gib's Gummi. Halt drauf. Erschieß erst mal die Fahrer. So. Oh, halt den. Pack ihn dir. Hab ich. Hast du alle? Komm. Hab ich alle. Mich hat einer erledigt. Ja, komm, komm. Komm, komm. Komm, ruhig. Fangen wir wieder. Oh, oh, oh. Was war denn jetzt? Oh, mit dem Heli. Komm, Bruder. Komm, das schaffen wir. Komm. Ja, ja, ja. Ich hab auch keine Munition mehr. Warte, ich komme. Da ist ein Heli. Den Heli. Den Heli. So, haben wir hier alle. Den Heli, Bruder. Den Heli. Der hat mich extra... Der Heli. Oh, der hat mir eine Bombe geschmissen, oder was? Ja, mir auch. Oh, 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 oh. Ich war dort, Bruder. Steig hier den Wagen. Steig hier den Wagen, den wir brauchen. Den hier. Steig, steig, steig ein, Mann. Steig ein. Komm weg hier. Ich brauch schnell was zu essen. Oh, 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 oh. Egal, komm, komm. Wieder weg, Bruder. Komm, 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 komm. Der Albana lacht mich aus hier, weil ich zweimal umgebackt werde. Komm, 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 komm. Ey, schieß nicht auf mich. Was machst du da? Ey, ey, ey. Du bist auch gestorben. Du bist schon wieder ab? Nein. Komm, 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 komm. Wo bist du? Wo bist du? Da ist ein Heli. Nein, Alter. Wer ist denn der verdammte Heli? Ey, ey, ey. Komm mal her mit der Karre. Komm, komm, komm. Komm hier rein. Komm, komm. Ja, Leute, auf jeden Fall sehr lustig. Fahr, Bruder, fahr. Ja, aber lustig. Aber was ist hier, Bruder? Ich schieß auf den. Fahr du dahin, wo wir hin müssen. Was ist das hier? Fahr, gib Gas. Konzentrier dich auf die Strecke. Ich explodiere, Bruder. Ja, wir haben gepanzertes Fahrzeug. Mach dir keine Sorge. Alles klar. Du konzentrier dich auf die Straße, Bruder. Konzentrier dich auf die Straße, Bruder. Schieß, schieß, Bruder. Schieß doch auf die Dulis da. Schieß. Hab ich den ersten, hab ich, glaube ich, erwischt. Schieß, schieß, ohne Ende. Du konzentrier dich auf die Straße. Ja, ich fahr, ich fahr schon. Konzentrier dich auf die Straße. Wo ist der Heli? Ich kümmere mich um das Schießen. Was ist denn los? Ich treffe den gar nicht. Das geht nie ab, Mann. Ich komme gar nicht mehr klar. Wir sind immer noch hinter uns. Ich schmeiß mal hier ein paar Bomben. Bruder. So, jetzt. Auf den Heli. Bruder, konzentrier dich auf die Straße. Ja, ich musste den rammen, Bruder. Das Ding ist aber gepanzert, Bruder, ne? Hast du keinen Raketenwerfer oder so? Ja, wie? Aus einem Fahrzeug kann man noch nicht mit einem Raketenwerfer schießen, Bruder. Nein, einmal kurz aufsteigen, Bruder. Nein, nein, komm, komm. Gib Gas. Ich habe keinen Raketenwerfer. Da kommen Fahrzeuge wieder. Da oben. Fahrzeuge kommen. Gib Gas. Die kommen. Die Schweine, Mann. Wir sind immer noch hinter uns. Sehr weit. Komm. Das geht nie ab, Mann. Aber die Karre ist schnell, Bruder. Boah, das Ding ist aber auch ein Panzer, ne? Für so ein gepanzertes Fahrzeug ist das übertrieben schnell noch. Sehr gut, sehr gut. Du bist sehr gut gerade. Dafür müsst ihr doch ein Abo da lassen, Mann. Wir haben uns totgenattet. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das war richtig lustig. Wie oft sind wir gestorben? Dreimal oder viermal? Ja, das war schon heftig gerade. Oh, Hedl. Ich bin eingestiegen, Bruder. Der hat mich weggebombt, Bruder. Ich habe gerade die Tür aufgemacht und mich hat der weggefickt. Jetzt noch vor uns ein Online-Spiel. Pass auf, da ist einer. Ja, ja, du gib Gas. Gib Gas. Gib Gas. Nein, nein, Bruder, schieß doch nicht auf den. Keine Ahnung, ob das der war. Da. Oh, ich vorhin habe es gesehen. Ja, gib Gas, Bruder. Was machst du denn? Was machst du denn, Bruder? Sorry, sorry, Bruder. Das war so geplant, Mann. Das war so geplant. Ja, jetzt hier rüber. Jetzt hier rüber. Jetzt bloß nicht hängenbleiben. Gib Gas. Komm. Sauber, gib Gas. Kein Scheiß, Mann. Elefantenwagen hier, Alter. Bruder, Hele ist immer noch hinter uns. Mm-mm. Was geht dir ab, Mann? So, Machete auf jeden Fall hat uns den Allerwertesten gerettet hier. Oh, oh, das habe ich verschlafen. Schieß drauf, Bruder. Sauber, gib Gas, Bruder. Sehr gut. Ich habe noch drauf geschossen. Hast du keine Uzi, Bruder? Du musst mal so eine kleine Mikro-Uzi holen. Habe ich nicht, nee. Ich habe nur Handfeuerwaffen. Das ist das Problem. Uzi ist geil, wenn du Drive-Band machst. Auf jeden Fall. Klar. So, komm, ab zum Bunker jetzt. Ich bin Hustler hier. Hustler, wa? Ab zum Bunker. Haben wir hier 15. Haben wir hier 15k auf jeden Fall schon mal gespart. 15k, wir haben das hier. Bruder, die Mission macht schon schwer, Mann. Ja, auf jeden Fall. Boah, ich dachte nicht, dass das noch gut geht. Bruder, ich war so am Schießen. Ja. Explodiert alles bei mir. Der verdammte Heddy, Bruder, von oben. Der hat uns zerstört. Der hat so eine... Rocket Launcher. Ja, sowas. Aber schneller, Bruder, als Rocket Launcher. Da hat die hintereinander geschossen. Das waren diese Dinger, wenn die treffen, dann explodieren die. So ein kleinere... Geschütze, weißt du? Aber die explodieren. Was machst du hinten, Bruder? Für Ablenkung sorgen. Bruder, du zerstörst sie direkt. So, komm. Ich glaube, uns wird hier keiner mehr verfolgen. Aber erstmal lieber zum Bunker hin. Ey, Bruder, das ist kein Heli, Bruder. Düsenflieger, Bruder. Düsenjet. Kampfjet? Richtig, Mom? Ja. Nein, nein, da ist ein Heli. Nein, nein, das ist der nicht. Doch, doch. Über uns. Guck, guck. Ja, aber der schießt nicht auf uns. Guck. Warte mal gleich ab, Alter. Der schickt uns hier. Das war ein Heli, das war ein Heli. Der ist immer noch. Vorsicht, was mit dem? Die habe ich auch gesehen, aber... Was mit diesen NPCs, die so besoffen machen? Knell die ab, Bruder. Knell die einfach ab. Ja, nicht alle, Bruder. Nicht alle. Ohne Scooter. Sonst haben wir die Cops hinter uns. Weißt, wie geil das aussieht in der Karre? Ja, Leute. Auf jeden Fall, wenn euch das gefällt, lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Auf jeden Fall. Guck mal rüber, Albaner. Warte. Guck mal schnell rüber, Mann. Ja, habe ich. Ich kann nicht fahren und... Ja, habe ich. Ja, hier, guck. Was geht ab, Mann? Alles klar? Uzi, ne? Guck nach vorne. Uzi. So, Leute. Weiter geht's. Ja, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen mehr an Kohle rankommen. Ich brauche noch so eine Million. Dann können wir uns da das Spiel... Ich brauche noch so ein paar Millionen oder so. Ja, das Casino da holen und dann können wir mal diese Haste-Mission machen. Ja, das wäre geil, Mann. Damit kommst du auf jeden Fall durch. Auf jeden Fall. So. Komm rein hier. Sehr schön. Haben wir geschafft, war, Bruder? Auf jeden Fall. Sehr geil. Guck dir das mal an, wie geil das Ding hier reinfährt. Abgeliefert. Das sieht mega geil aus, Mann. Ja, haben wir die Produktionsvorräte. Und so könnt ihr natürlich auch genug Kohle machen online. Ja, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Euer Gaming Ari. Ciao, ciao.